Ja, lieber Henry, du hast gerade schon erzählt, du hältst dich fit auch in deinem Alter. Das tust du für deine Frau, hast du gesagt, aber sicherlich nur, oder? Absolut nicht. Ich meine, mit 54 ist man heute wahrscheinlich bei weitem noch nicht zu alt, Dinge zu machen, auch mit 4,5 anzufangen. Aber ich habe es ja im Grunde genommen das Leben lang gemacht und das ist meine Stärke gewesen. Und das möchte ich mir ein Stück weit erhalten. Ich glaube, das hilft mir auch in meinem jetzigen Leben, wo ich auch mit Dingen zu tun habe, die nicht immer ganz leicht sind, aber trotzdem damit meiner Meinung nach leichter gehen. Sich gut fühlen ist ja auch ein tolles Gefühl, wenn es so ist. Jetzt haben wir bald WM. Du siehst die Chancen für die deutsche Nationalmannschaft nicht ganz so rose wie beim letzten Mal? Nein, das habe ich überhaupt nicht behauptet. Also anders. Die Deutschen haben nach wie vor mehr als eine faire Chance, da vorne zu landen. Auf der einen Seite sind ein Teil davon dabei, die wissen, wie es ist, wenn man erfolgreich ist. Wenn man da oben ist, sie trauen sich zu, sie können sich zutrauen. Und haben ein paar Jungen dabei, die befähigt sind, möglicherweise sogar mitzugehen, sie zu unterstützen, auch im Zuge des Turniers zu wachsen. Ich glaube, die ersten Spiele geben ihnen auch die Chance, es sowohl ernst zu nehmen, als auch sich daran zu steigern. Denn die Deutschen waren ja immer eine Turniermannschaft. Das heißt also, sie entwickelten sich von Spiel zu Spiel und dazu haben sie, glaube ich, hier ganz gute Gelegenheit. Das heißt also, sie haben die ganze Zeit, die Leute, 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 die